Boy, I think about it every night and day I'm a dick dick wanna jump in the sky Hi, willkommen in einem neuen Fall in Minecraft Future. Die langhaarten erzählt, dass sie gerade in richtig heftigen Schwierigkeiten und bla ist. Und da... ...komm ich ihr mal helfen. Ich bin auch da, aber ich nehme mich auf. Also ich bin nicht hingegen. So. So, ich logge mich jetzt ein. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht so abkratze. Ja, ja. So, schaffen wir. So. Lies. Scheiße, scheiße, scheiße. Machen wir noch ein Eisenschwert. Mach das. Such dich einzubauen oder so. Gut, ich bin eingebaut und ich lebe noch. Nice. Oh, hm. Äh, magst du meine Koordinaten haben? Ähm, ja. Ja. Auf plus 288 und minus 507. Und auf der Höhe 27. 288... 207 hast du gesagt? Nein, 288. Und minus 507. Höhe 27. Da. Da. Boah. Ups. Minus. 507. Und da ist... 25. Müsste ich noch schauen, Bruder. Da ist da so. Ja. Ah, 400 Glocke. Ist nicht so weit. Ach, eh nicht. Aber ich glaub, dass da irgendwo ein Zombie-Spawner ist. Da sind nur Zombies. Ganz viele. Ich glaub, du bist in der gleichen Höhle, wo ich mal drinnen war. Kann sein. Schaut das zumindest aus. Ich glaub, das ist in einem Schneegebiet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht so aus. Gott, was bei mir zu Hause schon wieder los ist morgen. In das Schreien. Das ist einer. Da. Einer der vielen Nachteile, wenn man kleine Geschwister hat. Naja, meine Schwester ist grad nicht da. Zum Glück. Begabt. Boah, jetzt fängt's auch noch an zu regeln. Boah, Alter, bei mir wird grad herumgeschrien. Ich versuche jetzt alles mit meiner Stimme zu überdecken. Also wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit irgendeine Müllrede. Blablabla. Blablabla. Wört mich sehr wahrscheinlich straight. Ist über dir irgendwie Lava oder so? Hm, nein. Okay, da kann ich nicht gerade runterkommen. Ah, ich sehe den Namen. Gut, gut. Wofür hat man Freunde? Zuckerrohr. Ja. So. War das so ne Schluft? Ne. Ja, Schneebium. Schau, dass ich mich direkt unter dich grabe. Also über dir runter. Okay, dann bleib ich mal hier stehen. Hm? Wir ein bisschen Vorteil hofft. Hofft. Hier, das töt ich mal. Gut. Hört grad an, dass ich keine Schaufel hab. Boah. Hier ist noch immer 28 Blöcke von mir entfernt. Was? Nein, ich bin über dir halt. So ein bisschen. So ein bisschen. Boah. Oh Gott, jetzt bekomm ich Schaben. Ne. Hm? Au. 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 Oh Gott. Was denn? Oh Gott. Es ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Wie behindert kann man sein? Jetzt ehrlich. Was gräbst du nicht auch darunter? Nein, nein, nein. Der einzige Problem ist, dass es jetzt so viel Wasser weh ist. Ja, das ist das Problem. Ja, doch nicht so viel Wasser, man. Einmal ein paar Lillipads. Wie ich schneller bewegen kann. 200 Blöcke. Ja, ich mach das sehr gut. Den Lillipads. Boah, ich bin so dumm. Ja, das funktioniert auch. Hervorragend. Jetzt. Das funktioniert. Ja, da ist ein Spawner. Ich mach die kaputt. Ich glaub das Problem ist, dadurch dass du da bist, sind die Chunks geladen. Und wenn die Sachen weg sind, ist es blöd. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich da irgendwie hinzukommen. Da würde ich die nächsten Sachen ansporen, weil meine Sachen da sind. Mann, wäre da nicht so viel Wasser weg. Wird ich nicht irgendwo näher hingraben können oder so? Wo nicht so viel Wasser wäre? Nein. Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Typisch. Boah, ich wäre schon wieder für Südwohnen dürfen. Ja, Schnee. Boah. Jetzt sehe ich noch weniger. Fuck. Ich habe ein Schwer. Ja, ein Schwer. Nettes Diff. Ja. 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 Das Hühnchen. Mein Helm, meine Hose und mein Schwert. Ja. Perfekto. Ich habe alles wieder. Ja. Ja. Zack. Jetzt glaube ich mich woanders runter. Da. Meine Spitzhacke. Nein. Nein, meine Spitzhacke ist weg. Toll, jetzt werde ich meine Spitzhacke machen. Oh. Yay. Holz. Ich habe es eigentlich schon geschafft. Es ist eigentlich unkritisch, dass er jetzt herkommt. Oh weh, da kommt jetzt ein Creeper. Aber meine, ich habe nicht alle Sachen bekommen. Nein. Nein, das ist auch nicht so schlimm. Komm. Ich komme. Versuche dahin zu laufen, wo ich mich gerade unterpuddel. Kohle. Hm. Danke. Ja. Nein. Was ist da? Aber da sind auch noch voll viele andere Spawner. Acht Blücke. so immer auch wieder ich kann sogar Fackeln machen lange ja praktisch in meiner Beschreibung da unten das der nicht guckst, nicht abguckst ich habe eine gut da kommen wir gemeinsam die dunklen Hüllen da kann es sein, dass du eine Eisenspitzhacke hast vielleicht dann komm her ich habe etwas ganz cooles gefunden, was dir fallen würde aus der Decke ja, nimm ja alles weg lecker Eis gut hast du zwei Holz? ich bin noch auf ich muss einfach sagen, ja ich bin nicht schon jetzt in zweimal das spiel bin ich hier, oder wenn ich müsste ich glaube ich habe da gerade irgendwie fünf falsche Fenster aufgemacht ja ich glaube ich mache da mal Schluss, oder? wie lange nimmst du auf? naja, bei mir sind es erst elf Minuten ja ok, dann kann ich auch noch ein bisschen mach ich bis 15 Minuten ja hast du Spawner abgebaut? ja aber es sind noch überall irgendwo Spawner von anderen Vieren ok lange ich kann dir die Kakaobohnen zurückspielen, wenn du willst du brauchst Kakaobohnen ok, dann gebe ich sie Stefan, weil ich habe den Preis wieder gesammelt ich habe Kakaobohnen ich habe gehört, ich habe verstanden, du hast keinen Kakaobohnen also du brauchst, ich habe verstanden, du brauchst Kakaobohnen wenigstens habe ich ein Verzauberungsbuch mit Glück 3 kommst du mal zu mir, da ist noch ein D1 pfff pfff ich weiß nicht scheiße ähm ja, ich komm da drüber ein bisschen gegangen da den Hügel bekommen oh, das ist ein Skelett gegen Skelette kann ich machen so pff 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 manio, das sind 20 Blocke auseinander dieser Rekornstücke super und Stefan auch und ich super lapis lazuli mh Marvel hier da hinten Kartoffeln, meins, so. Ja, 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 fast schon. Lange nicht daran wechseln. Essen. Tattel. Zombie. Essen. Nachtbild. Ticken. Oh, noch ein Verzauberungsbuch. Boah, was ist los? Äh, Punch 3. 3? Punch 2. Oh, es ist 12. Yay, brava! So spät? Ja. Dungeon ist noch ein Dungeon. Da sind richtig viele. So, da warst du schon. Oh, okay. Hast du irgendwas zu essen? Oder eine Workbench oder einen Ofen? So viel dazu. Oh, ein Steak. Oh, ich brauch noch eins. Gib mir eins. Oh. 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 Du hast das Gefühl geschlachtet los. Oh. 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 Ich binfound an. Oh. Oh. Und da. Oh. Oh, sie角... Du hast gesagt, du hast eine Eisenhacke? Ja, die ist kaputt. Du hast wirklich keine zwei Holz oder so? Nein, ich habe aber zwei Stecker. Ja, das habe ich auch. Ne, doch nicht. Ich habe Stein. Ja, okay, die Höhle könntest du die markieren und dann gehen wir in die Richtung nach Hause oder so. Ja. Graben wir uns gerade hoch ein bisschen so. Steffen ist Tripman im eigenen Grundstück erlaubt. Also so ein hingerunterkram, also so ein Stiegel runtergraben. Solang es... ja, es ist dein Grundstück. Okay, weil das euch ein bisschen... Kannst machen, was du willst. Jux. Ich hoffe, dass meine Hacke dafür ausreicht. Oh Gott, ich töte mich gerade selber. Nein. Boah! Nein! Was machst du? Nein! 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 Oh, Alter! Was hast du gemacht? Gerade hochgraben und dann fallen so vier Gravel-Stücke auf dich. Du musst immer hoch springen. Wenn dich schon zwei Gravel-Dinger verdecken, wie willst du hoch springen? Oh, du kannst trotzdem hoch springen. Ne, eben nicht. Ich habe ja wie verrückt die Leertaste gespammt. Und jetzt im Moment geht das. Und es ist ein Park und eins und vier. Eins, Juxi. Ich habe gerade so Angst. Ich habe auch Gravel. Nein, ich habe auch Gravel. Nein, es geht einfach darum, dass ich jetzt so unnötig sterbe, weil mir ein bisschen Gravel in die Fresse fliegt. Ich finde einfach nichts. Doch, ich verstehe nicht. Sie ist schon mal sicher. Ich wette, ich kann mich dann wieder mit der Hand hochbuddeln. Ich verstehe von wem wo? Äh, ne, das war's für eurem Scheiße. Hä? Ne, das war's für eurem Scheiße. Alles. Aber wo ist's? Bist du draußen? Ja, ich bin draußen. Ah. Und schöner Ski. Gut. Und beende ich hier mit die Folge? Ich auch. Warum beendest du die Folge? Das ist die übelst frühe Idee. Ich kann nur 15 Minuten aufnehmen. Ja, aber... Ja, okay. Das ist eine Webbank. Ähm, ja, was euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung fragen. Wir freuen. Wie lange hat sich ja auch und der Fabi auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einer neuen Folge Minecraft Future. Und dann tschüss. Tschüss.